Hallo und damit herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Dein iPhone Speicher ist voll, wie kannst du deinen iPhone Speicher gut managen? Darum soll es in diesem Video gehen, auch um das Thema Dokumente und Dateien. Vorweg kurzer Disclaimer, alle Angaben ohne Gewehr und außerdem, was du hier siehst oder nicht, kann auch mit deiner iOS Version zusammenhängen. Also, die wichtigste Übersicht zum Thema iPhone Speicher ist, wie du sehen kannst, hier zu finden. Wie kommst du dahin? Einstellungen, Allgemein, iPhone Speicher. Dann solltest du auch diese Übersicht hier vorfinden haben. Man muss dazu sagen, es dauert manchmal ein bisschen, bis das lädt, vor allem, wenn man das das erste Mal seit einigen Monaten macht. So, diese Übersicht ist die absolut wichtigste, was deinen iPhone Speicher anbetrifft. Hier gibt es bei einigen Apps auch praktische Funktionen, deinen Speicher sofort wieder ein bisschen zu lernen. Und das zeige ich dir auch direkt. Vor allem bei dieser Podcast-App ist das denkbar einfach. Hier haben wir den Vorteil, dass wir uns direkt anschauen können, welche Folgen bereits geladen wurden. Manche Leute sind dann ganz überrascht, wie viel Speicher alleine durch diese Podcast-App verbraucht wird. Dabei wirst du die alten Folgen wahrscheinlich eh nicht nochmal anhören. Es sei denn, du möchtest alte Folgen auch offline anhören, dann macht es durchaus Sinn, das so zu lassen. Aber ansonsten, wenn du sagst, nein, hier ist mein Speicher voll, ich will mehr Platz, dann kannst du hier schön mal nach unten gehen. Und das wird bei mir gerade irgendwie nicht richtig angezeigt. Jedenfalls, da kannst du dann die einzelnen Folgen entfernen. Und so kannst du schon ziemlich viel Speicher einsparen. Das ist bei vielen Leuten eine regelrechte Überraschung, wie viel Speicher bei dieser Podcast-App doch verbraucht wird. Und so kann man das gut managen. So weiter geht es mit dem Thema Dokumente und Dateien. Deswegen sind viele von euch wahrscheinlich hier. Und ja, gucken wir uns mal ein Beispiel davon an. Moment. Nein, das war die falsche App. Moment, Moment, Moment. YouTube. YouTube, ein sehr schönes Beispiel für das Thema Dokumente und Daten. Ich glaube, ich habe vorher mal Dateien gesagt. Naja, wie du sehen kannst, die App an sich sehr schmal. Aber was ist dieses Thema Dokumente und Daten? Da wird ja viel Speicher verbraucht. Das stimmt natürlich. Hierbei handelt es sich da um Dateien, wenn die App mal geupdatet wird. Oder auch was die Benutzerfreundlichkeit deiner App noch so ein bisschen verbessert. Ich glaube, es ist auch so ein bisschen so ähnlich wie bei anderen Apps, dass dann auch Videos sozusagen in irgendeiner Art und Weise gespeichert werden oder dann schneller geladen werden können. Das alles sind aber nur Vermutungen von mir. Ich feiere die YouTube-App auf jeden Fall. Aber was ich alle paar Monate mache, ist sie einfach löschen und neu installieren. Ich habe leider keine bessere Möglichkeit gefunden, dieses Thema Dokumente und Daten dann zu entfernen. Weil wie du sehen kannst, über 2 GB für meinen iPhone-Speicher sehr viel. Was mache ich also? Löschen, neu installieren. Ich weiß, es ist ein bisschen nervig. Aber alle paar Monate finde ich es nicht so schlimm. So, ich hoffe, dir konnten einige Tipps in diesem iPhone-Video... ... oder...